Hallo meine Freunde, euer Coach hier ist Cecil. Heute machen wir ein Käse-Hackkuchen mit Ei und Spinat, aber nach dem Intro. Also meine Freunde, heute machen wir ein ganz spezielles Gericht und zwar ein Käse-Hackkuchen mit Ei und Spinat, also was richtig Deftiges, wovon man definitiv satt wird und bevor wir starten, ganz kurz einmal, wenn ihr das Interesse habt, euren Traumkörper zu erreichen, ohne jemals auf was zu verzichten, dann guckt die 5 kostenlosen Videos vom Maximumprinzip. Kein Abo, keine Kosten, kein gar nichts, guckt einfach mal rein, weil da, es ist 100% sicher, wenn ihr das guckt, dann wisst ihr, wie tausende Kunden es geschafft haben, ihren Traumkörper zu bekommen, ohne jemals auf was zu verzichten, das erkläre ich da. So, also, wollen wir mal direkt starten mit diesem Gericht und ich gebe dann hinterher wieder meine Bewertung ab und jetzt starten wir direkt und ich sage mal als allererstes, was wir alles brauchen. Und zwar brauchen wir 350 Gramm Hackfleisch, am besten natürlich Bio-Hack, am besten natürlich beim Metzger, wo ihr die Kuh noch kanntet. Dann brauchen wir 220 Gramm Rahmspinat, zwei Bio-Eier, immer auf die Qualität achten, zwei Handvoll Käse, etwas Himalaya-Salz und Pfeffer. Wie bereiten wir das Ganze zu? Den Backofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Das Fleisch mit Salz und Pfeffer würzen. Backpapier aufs Backblech, das Fleisch mit den Händen zu einem Nest formen. Die Hackfleischränder so hoch und dick genug formen, dass man das Hacknest gut befüllen kann und bei Bedarf noch mit Salz und Pfeffer bestreuen. Rahmspinat in einem Topf erwärmen, separat. Den Spinat dann in das Hacknest geben und eine kleine Mulde für die Eier formen, damit das nicht alles so an den Seiten rausläuft. Müsst ihr natürlich im Spinat so eine kleine Kuhle machen, damit da die Eier schön reinkommen können. Dann nochmal bei Bedarf nochmal würzen mit Salz, vielleicht nochmal mit Pfeffer hinterher und zuletzt mit Käse bestreuen und den Kuchen für ca. 40 Minuten in den Backofen geben. Das war's. Eigentlich mega schnell gemacht. Jetzt ist aber die Frage, wie schmeckt der? Okay, wie viele Punkte gebe ich diesem Gericht auf einer Skala von 1 bis 10? 7 Punkte. 7 Punkte kriegt dieses Gericht von mir. Warum kriegt das 7 Punkte? Also Vorteile sind auf jeden Fall, es ist mega schnell gemacht. Also es ist wirklich schnell gemacht. Wenn man es einmal gemacht hat, weiß man eigentlich, wie es funktioniert. Man kann es so direkt schnell nachmachen und ist richtig gut. Was noch Vorteile sind, man wird wirklich satt davon. Also das Hack, Spinat, dann Ei ist noch dabei. Man wird wirklich satt. Also es ist wirklich eine deftige Mahlzeit. Kann man auch so als, muss man nicht als Frühstück, kann man auch als Abendessen nehmen oder als Mittagessen. Man wird definitiv satt. Das sind alles so die Vorteile. Nachteile für mich, warum es jetzt nicht 8, 9 oder bombastische 10 Punkte bekommen hat, ist, dass ich die Kombination zwischen Ei und Spinat jetzt nicht so mega geil finde, dass ich so sage, boah, ich muss immer Ei und Spinat zusammen essen und dann noch mit Hack dazu. Aber es ist auf jeden Fall sehr lecker. Also es ist auf jeden Fall richtig gut, dass ihr es mal machen könnt, probieren könnt. Und vielleicht mögt ihr die Kombination ja viel lieber. Also wenn ihr sagt, ey, wieso Spinat und Ei schmeckt, das passt richtig geil zusammen, haben, dann werdet ihr das auf jeden Fall richtig feiern. Also macht es unbedingt mal nach. Schreibt dann unten rein, wie ihr es fandet. Ich freue mich natürlich auch immer, wenn ihr auf Instagram ein Foto macht und mich dann erwähnt, dann sehe ich das. Wenn mir das Foto richtig gut gefällt, dann kommt ihr als Repost in meine Story. Also auf jeden Fall auf Instagram folgen, weil da besprechen wir ja immer, welche Gerichte wir haben wollen und so weiter. Also wenn ihr mir nicht auf Instagram folgt, ist es auf jeden Fall ein Verlust, weil da seid ihr praktisch direkt dabei. Und ich bespreche da so viel mit euch, Umfragen, was ihr sehen wollt auf YouTube und so. Deswegen unbedingt da folgen. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wie ihr das gefunden habt, was ihr dem Gericht geben würdet auf einer Skala von 1 bis 10, ob ihr noch Ideen habt, was ihr noch dazu macht oder weg macht. Schreibt einfach mal unten rein. Und ich glaube, das war's für heute. Rasiert natürlich den Like-Button und teilt natürlich das Video und abonniert natürlich den Kanal, damit ihr bei den nächsten Videos auch immer sofort am Start seid. Okay, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis bald, euer Coach Cecil.